Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Und zwar werden wir uns heute Nier oder Nier-Protokoll ein bisschen genauer angucken. War auch ein Wunsch, den ich so ein bisschen aus den Kommentaren bzw. aus der Community rauslesen konnte. Ist jetzt vielleicht nicht so der Über-Hype-Coin, aber trotzdem ordentliches Potenzial auf jeden Fall nach oben hin. Bevor wir starten aber, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalkoppe reinjoin, wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen, dann gerne reinjoin. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Und wenn ihr irgendwelche anderen Altcoin-Wünsche noch habt, schreibt es unten einfach in die Kommentare rein, dann picke ich da jede Woche immer ein paar Stück raus. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwärmung gemacht. Momentan trailen wir bei ungefähr 2,33 Dollar. In der Spitze sind wir sogar auf knapp 2,71 Dollar gekommen. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, okay, wir hatten hier schon zwei Nachkauf-Level erreicht. Einerseits eben hier oben diese 2,80er-Marke bis 2, ja, knapp 65 US-Dollar. Dort wurde die erste Tranche gekauft, die zweite Tranche dann deutlich tiefer bei den 1,56 bis 1,30 Dollar. Das heißt, wir haben so ungefähr Einstieg bei, ich sage jetzt mal 1,80 Dollar, irgendwo so grob in der Richtung. Wie genau, keine Ahnung, wer vielleicht unten gekauft hat, Top-Einstieg. Ansonsten irgendwo da Mitte auf jeden Fall. Und wer natürlich auch die Chart-Analysen bei Crypto Guru liest. Weiß, wir haben im Dezember auch schon mal drüber gesprochen, dass hier ein möglicher Pump bevorsteht. Da haben wir genau über diese grüne Zone drüber gesprochen. Und genau aus dieser sind wir eben gepumpt. Beziehungsweise sind wir noch minimal drunter auf die 1,24 US-Dollar. Haben damit auch im Endeffekt die ganzen Voids von früher, von dem letzten Bullrun im Endeffekt auch nach unten hin geschlossen. Und das war auch extrem wichtig gewesen. Und seitdem haben wir eben diese enorme Rallye nach oben hingesehen von unseren Lows zu unseren High. Über 100% Preissteigerung. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und jetzt sind wir eben hier an dieser, ich sage jetzt mal, wichtigen Widerstandszone angekommen. Wurden hier das erste Mal rejected. Nachdem wir hier ordentlich Support hatten und in der Vergangenheit natürlich auch hier immer mal wieder Support und Widerstand hat, ist diese Zone sehr, sehr entscheidend. Aber nach einem über 100% Pump sind solche Korrekturen natürlich absolut im Rahmen. Wir hatten dann natürlich auch eine Bearish Divergence. Alles schön und gut. Volumen lässt ein bisschen nach. Und deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, wo liegt eigentlich unser nächster Support. Dafür nehmen wir unser FIP-Level, ziehen von unserem Low zu unserem High. Und da sehen wir, okay, die nächste sehr, sehr interessante Zone wird dann dieser Bereich hier um die 1,80. Das heißt, hier wäre dann ungefähr wieder unser Break-Even. Würde aber auch bedeuten, wir hätten ein höheres Tief. Und wer mich auch, wie gesagt, ein bisschen länger verfolgt, weiß, für mich ist ein wirklicher Abtrend erst dann, wenn wir wirklich ein höheres Tief bilden. Weil damit hätten wir im Endeffekt die ganze alte Downside-Struktur nach unten hin nochmal, sag ich mal, bestätigt, beziehungsweise diesen Downtrend dann auch durchbrochen. Und dieses Low brauchen wir im Endeffekt oder meines Erachtens nach einfach, dass wir hier eine größere Korrektur nochmal runtersehen, uns hier stabilisieren und dann wirklich hier oben diese 2,70-Marke nach oben hin, beziehungsweise 2,88 nach oben hin und auch endgültig durchbrechen. Also das sind jetzt so mal ein bisschen die langfristigen Ziele, zumindest mittelfristigen Ziele kann man dazu eher sagen. Langfristig sollten wir dann hier oben ausbrechen, ist auf jeden Fall das Ziel hier oben die 4,80-Mark. Das heißt, es wäre dann nochmal ungefähr, ja, sagen wir mal 100 Prozent, wären hier auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen. Längerfristig natürlich, mittelfristig, wie gesagt, nochmal dieser kleine Dump. Und dann schauen wir uns das nochmal ein bisschen auf den kleineren Timeframes an, und zwar auf dem 4-Stunden-Timeframe. Da seht ihr, okay, Golden Pocket, wo wir jetzt eben gerade darüber gesprochen haben, wo eigentlich das Wunschszenario wäre, dass wir hier einen Dump nochmal runtersehen, beziehungsweise eine Bestätigung. Und wenn wir uns dann eben die Vergangenheit nochmal angucken, hier tiefstes Bären oder tiefster Bärenmarkt im Endeffekt hier in dem ganzen November, natürlich das ganze FTX-Fiasko, was natürlich da auch noch mit reingespielt hat, hatten wir hier eine Menge Widerstand. Und auch hier hatten wir nochmal Probleme, drüber zu kommen, und danach hatten wir eben dieses impulsive Breakout. Aber, und das ist jetzt auch wieder so ein wichtiger Aspekt, mit einem neuen Void, neue Ineffizienzen, die sich eben hier in dieser Struktur gebildet haben. Gleichzeitig Breakout aus unserem übergeordneten Falling Wedge, was hier dann auch stattgefunden hat. Und das wäre meines Erachtens nach einfach wichtig, hier nochmal drunter zu gehen, beziehungsweise an die 1,80er-Marke ranzugehen. Hier eine Bestätigung, Konsolidierung und dann eben mit neuen frischen Abtrend und neuen frischen Volumen, was dann hier unten reinkommen würde, eine schöne Bestätigung nach oben hin zu sehen. Ansonsten bricht dieses Golden Pocket sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier sogar nochmal einen genauen Retest in die Region um 1,55 Dollar gehen. Sehe ich aber momentan, bin ich ganz ehrlich, noch nicht. Das Risiko, dass wir hier nochmal runterfallen, momentan nach momentanem Stand, außer wir kriegen nochmal ein richtiges Black Spawn Event reingesetzt oder sowas, ist momentan schwer abzuschätzen. Glaube ich aber momentan einfach noch nicht. Deswegen Level 1,80, 1,75, das ist die Zone, die muss meines Erachtens nach halten für einen nachhaltigen Abtrend, higher low und dann eben dieser Pump nach oben hin, um auch diese große Widerstandsbox nach oben hin zu durchbrechen. Kurzfristig, schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Wir haben ja schon darüber gesprochen, okay, in den größeren Timeframes, Bearish Divergence, sinkendes Volumen, auch das haben wir in einem 4-Stunden-Timeframe hier auch schön abgebildet. Was mich hier aber noch ein bisschen stört und ihr wisst, ich bin eher so ein bisschen Volumen-Trader. Wir haben mit dieser 4-Stunden-Candle ein ordentliches Top nochmal gebildet bei eben diesen 2,71 Dollar. Wenn wir jetzt nochmal in den 1-Stunden-Timeframe gehen, weil 4 Stunden ist immer ein bisschen hoch, um das Volumen so ein bisschen zu bemessen, sehen wir aber auch hier, okay, Volumen sehr, sehr hoch. Auf dem 1-Stunden-Chart haben wir auch noch eine schöne Abverkaufs-Candle bekommen. Das heißt für mich, das Risiko, dass wir hier nochmal hochkommen und dann aus den Abverkauf sehen, ist sehr, sehr hoch. Was man aber auch dazu sagen muss, dafür ziehen wir jetzt mal von unserem High zu unserem Low einfach mal das FIP-Level. Entscheidende Phase werden hier diese 2,54. Kommen wir an diese 2,54, also jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann auf jeden Fall, und werden hier rejected, ist es für mich der Startschuss für die Korrektur. Sollten wir nochmal hochkommen, ist es sehr stark möglich, 2,71 Dollar rum hoch abgreifen, Liquidität abgreifen, retest von unserem ehemaligen Abtrend, den wir hier in gelb dargestellt haben, von unserem Low retesten, und dann kommt die Abverkaufs-Candle. Das würde sehr, sehr interessant werden. Entweder wir werden direkt bei den 2 Dollar, wie gesagt, gerade eben 2,50 Dollar rejected, dann geht es sofort runter, kriegen wir nochmal das All-Time-High, beziehungsweise dieses All-Time-High, nicht, aber dieses High, was wir eben hier in dieser Grenze haben, 2,71. Dann hier oben die Reaktion beobachten, sollten wir hier ein Close drüber sehen, kann es sein, dass wir sogar noch die Oberkante hier erwischen, bei ungefähr 2,88 Dollar. Also da müssen wir jetzt immer so ein bisschen in 4 Stunden-Time-Frame, 1 Stunden-Time-Frame gucken, wie verhält sich der Kurs da oben, kommt da Verkaufsvolumen rein, kriegen wir doch wieder mehr Kaufvolumen rein. Diese Reaktion abwarten, aber wie gesagt, da werden wir dann nochmal gegebenenfalls, wenn es dann soweit ist, auf jeden Fall in Livestreams oder in einem neuen Video drüber sprechen. Gut, dann würde ich sagen, was es zu Nier-Protokoll, es gibt, wie gesagt, die Chance auf einen 100%-Pump, sollten wir hier über die 2,88 gehen. Sehr, sehr hoch, für mich auch langfristiges Investment auf jeden Fall, 100% teilweise, wer da unten gekauft hat, wurden schon gemacht, aber auch hier fahre ich die Linie, sobald 100% erreicht wurden, Einsatz raus, Profite weiterlaufen lassen und ihr seid für den Bullrun absolut gerüstet. Gut, aber für mich, nächster Nachkaufpunkt wäre eventuell nochmal hier unten, die 1,80er-Zone, sollte dieser Support halten und dann Ziel, 4,66 bis knapp 5 Dollar. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Altkommeln schafft, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Das war es von meiner Seite, wir hören uns im nächsten Video wieder, Like da lassen, Abo da lassen, gerne Telegram-Gruppe joinen, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, Stay Crypto!